Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ach scheiße, das haben wir ja oben. Oh nee, und hier, oh nee! Oh nee! Wie krieg ich denn jetzt? Die restliche Zahlen kommen wie noch aus, die mir noch fehlt. Wir wissen das jetzt ja alles doof. Oh, da steckt eine Schere drin. Ich habe eine Schere erhalten. Hierfür vielleicht? Ja, bisher gibt es doch nicht wirklich Sinn. Was mache ich denn mit der Schere? Was ist denn so ausgeleuchtet? Warum habe ich eine Schere? Was ist denn mit der Schere? Oh nee! Wie erschrecken sie mich jetzt? Was steht da? Bitte was? Bitte was? Bitte was bitte? Was bitte? Hä? Stehe es nicht? Steht immer das gleiche, oder? Äh, ändert sich da irgendwas? Noch schon Zeit. Ist mir wurscht. Das ist ein E oder was? Das ist diese Viererkombi wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich wirklich eine Acht. Acht Null. Sieben. Sieben. Da müssen ja auch nur 7,6. Oder 8,6. 4. Ne. Ich habe ja keine Ahnung. Ich schreie jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Lass mich raten, ich komme jetzt auch nicht weg. Toll. Hier vielleicht. Okay, also es ist irgendeine Zahlenkombination. Sitz der Hase jetzt hier, saßt er nicht hier drüben irgendwo? Nee. Das erste ist eine eh geschreckende Sittmau. Das ist eine eh. Toll. Dankeschön. Das ist ein komisches Zeichen. So, so. So, das zweite konnte ich jetzt sehen, aber das nächste nicht. So, das ist der Strich. Und da noch ein Strich. So, das ist sowas wie der E. Das ist vielleicht eine 8, 6, 4, 8. 8, 6, 4, 8. 8, 6, 4, 8. Ja. Die strich, ja. Die strich sind ja auch. Der ist ja auch. Tja, ich bin ja auch so gut in rätselbösen, Freunde. Huch, hier war es nicht. Oder dort hier auch nicht. Wo muss ich da überhaupt jetzt rein? Schon, oder? Ich will immer rennen. Ich weiß nicht, ob das die 8 ist. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, da steht easy-deasy geil. Das muss ich sein. Habe ich die jetzt echt weggemacht? Bin ich doof? Was ist das? Das ist eine 2 vielleicht. Ich habe mir auch diese komischen Striche aufgemacht. Das muss ich nicht wundern. Das ist Regenverkehr, das würde ich sagen. 4 Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. 3, ach... Eine 1. Ziemlich rollen. Warum? Hä? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist denn da los? Das ist alles. Ja, das war. Ich bin mir das dann... Ich bin mir das da. Jetzt habe ich das schon vorher. Oh, ja. Holy Christ. No. Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Oh je, jetzt kommt doch mal der selber Mist raus. Was muss ich denn da drücken? Ja, ich verstehe es nicht. Mit Glück spielen die nichts am Hut, Leute. Was muss ich denn da machen? Voll, wie lange soll ich das jetzt spielen? Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 Oh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ohne lange hast du viel Hut auf Esel gebraucht? Nur 10 Stunden, weil ich 9,5 Stunden davon an dieser verkackten Slotmaschine hing. Bis zum nächsten Mal. Ich komme hier nicht weiter, hier. Ich weiß nicht, worauf der reagiert. Ich weiß es einfach nicht. Oh, f***, ehrlich jetzt? Nein! Wie lange hat es jetzt gedauert? Ich habe keine Ahnung. 5 Stunden? Habe ich es aufgenommen? Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt scheißegal. Wow. Ohne Mist. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehme. Ich habe keinen Plan. Aber das f***t mich gerade. Ganz ehrlich, das ist richtig negativ. Dafür gibt es eine negative Kritik von mir. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das, nee. Also ich meine, wenn wir aus Spaß ein-, zweimal. Ja? Und dann hätten sie von mir das so machen können, dass es die richtige Kombi geben muss. Aber das, nee. Ganz ehrlich, einfach nein. Ich habe jetzt über eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um das rauszukriegen. So, und jetzt weiß ich nicht mal mehr, was das perfekte Schlüssel ist. Entschuldigung, aber da kriege ich echt mega schlechte Laune. Das versaut das Spiel gerade einfach nur. Ich habe, nee. Ganz ehrlich, einfach nee. Ich bin jetzt auch eigentlich überhaupt nicht mehr am Gruseln hier. Ich bin jetzt einfach nur noch genervt. So, für was ist denn der Schlüssel jetzt, bitte? Für was war der Schlüssel? Hör auf, um zu flüstern. Aber hier brauchte ich doch einen Schlüssel. Aber hier. Toll, echt jetzt? Ein Stück Skuh? Ja, alles klar. Ich bin jetzt. Jetzt. Vielen Dank. Was? Hä? Bitte, was war das? Was muss ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Oh, die Rätsel werden irgendwie immer bescheuert. Ich habe keine Ahnung. Oh, was? Ach, kommt schon. Was? Wieso? Jetzt erklärt mir mal, warum? Schon wieder falsch, oder? Wenn es so weiter oder langsamer wird, ist es doch wieder nicht richtig. Oh, herrlicher Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt hier irgendeine Sonate spielen, dann bin ich aus. Ich habe nichts beheld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017